Moin moin, hallihallo, Mensch, hallo, hey, hallöchen, hallihallöchen, äh, und willkommen zu einem neuen Video. Nachdem mein PC sich gestern fast in den verfrühten und endgültigen Winterschlaf begeben hätte, nur weil ich ein bisschen Staub aus ihm rauspusten wollte, bin ich heute wieder back in Full Force. Naja, Full Force, so semi, ich bin ehrlich gesagt schon zwei Stunden am Aufnehmen und irgendwie ist heute der Wurm drin mit den Spielen, die ich mir so aussuche. Da ist mir aber aufgefallen, dass ich auf Steam schon was runtergeladen habe, das vielversprechend wirkte, namens Pineapple on Pizza, ja, also Ananas auf der Pizza. Wir kennen sie alle, die Pizza Hawaii, ein großes Diskussionsthema, was hier wohl eine Rolle spielen wird. Wir wollen hier erstmal in, also ich, ich will erstmal jetzt in keine Richtung irgendein Statement abgeben. Oh, ich hab einfach nur auf, es geht direkt los. Also, einfach aus dem Grund soll doch am Ende des Tages jede Person schnabulieren, was sie möchte. Pizza Hawaii hat offensichtlich ihre Anhänger. Hab ich schon auch mal gegessen. Ist jetzt nicht so, dass ich da groß in den Würgeprozess reingegangen wäre, aber sie ist auch nicht mein Favorite. Ich bin da eher Freund von traditionelleren oder gar keinen Belegen. So, wir sind hier auf der Insel. Offensichtlich mit einem, ja, lustigen, tanzenden Grüppchen, die sich freuen, dass wir da sind, oder? Und auch mal wieder hier immer in diesen Spielen. Wirklich, könnt ihr einfach mal eure Cameras Sensitivity von Anfang an so einstellen, dass man nicht das Gefühl hat, ich würde hier gerade The Lambada tanzen. So, hallo. Jetzt können wir endlich, die dabben ja auch, oder? Das sind eindeutig Dabs. Die sind am abdabben, die Leute hier. Weil die so geile Pizza frasen und da drüben ist eine Möwe. Sie fliegt da vorn. Tschüss, kleine Möwe. Tschüss. Ihr habt alle eine richtig geile Zeit, ne? Ihr seid doch alle wirklich richtig naked. Ihr seid schon ordentlich naked und unterwegs, aber das habt ihr, falls ihr das selbst zusammengeschraubt habt. Die Klamotten, Alter. Die Klamotten hier, das habt ihr wirklich, also habt ihr hübsch gemacht alles. Ihr habt einen geilen Style, Alter. Ihr habt auch die Dance Moves drauf. Mein Kabel ist nicht lang genug für die Gewalt meiner Moves. Super, schon fast fünf Minuten in der Aufnahme, noch würde ich keinen Meter weit gekommen. Wo ist denn jetzt die Pizza? Where's the money, Lebowski? Ihr habt alle so nice Moves, Alter. Es ist, als wäre ich auf TikTok-Island gelandet. Hier, guck mal, auch in der Gruppe wird hier rumgetanzt. Es ist wirklich... Was ist hier? Da ist wirklich da immer der Limbo, Alter. Limbo schön unten durch. Ey, das ist echt, Mensch. Nachher ist das hier ein Kriegstanz und die bereiten sich eigentlich nur... Das ist der Macarena hier, ne? Ey, Macarena. Toll. Da hinten fahren auch irgendwelche Leute rum. Ich bekomme Achievements. Die werden nicht mehr aufgenommen. Deswegen, ich habe gerade ein Achievement für Sailboat bekommen. Step on a Sailboat. Gut. Ja, also, ich entdecke viele verschiedene Tänze. Alle Leute sind am Lächeln. Manche sind am Deppen. Die hier so ein bisschen weniger extremer als die vorher. Und ich hatte bisher eigentlich auch das Gefühl, ich werde irgendwo hingeleitet. Hier wird auch geklatscht, ey. Auch eher wirklich zurückgelehnt, Alter. Fast im 45 Grad Winkel. Wenn ich die links drücke, dann crouche ich. Hier schön die... Die haben alle eine richtig geile Zeit. Plantations. Walk through the corn plantations. Okay, also, ich bekomme Achievements, je nachdem, wo ich schon mal lang gelaufen bin. Das ist bestimmt ein... Das ist ein Game, das ist gut für die Achievements. Sportlich, sportlich. Was ist aber da? Zeug. Das ist schon auch eine große Insel. Du tanzt mit den Möwen. Du fütterst die Möwen. Bird friend. Approach the man feeding the birds. Hier bezüglich Achievements für alles. Aber das ist auch synchron, oder? Zu den Trompetentönen. Nämlich, jetzt. Die ganze Insel ist einfach im Groove. Aber ich glaube, als ich das rausgesucht habe, dass ich da irgendwas von... Krassen Twists oder sonst was... Irgendwas ist los. Mit dem Game, glaube ich. Irgendwas ist da los. Ich meine, da was gelesen zu haben. Das war schon interessant bewertet. Aber es ist auch schon wieder eine Weile her. Wahrscheinlich habe ich es deswegen unbewusst auch liegen lassen. Das ist ja besser, wenn ich in sowas auch... ...nicht mit zu viel Vorinformation reingehe. Und mir einfach nur die Dances anschaue, die hier so... ...getrieben werden. Hier ist eine kleine Schildkröte. Turtle, approach the turtle. Ich kriege einfach nur Achievements am laufenden Band. Hier ist auch richtig viel los, ne? Also das sind ja mindestens bisher 200 Leute oder sowas, die wir gesehen haben. Die alle irgendwelche unterschiedlichen Grooves machen. Aber ein bisschen zu wenig Fortnite-Dances bisher. Hier geht es auch noch rein. Oh, da ist ein Vulkan. Ich denke mal, da müssten wir vielleicht, könnten wir vielleicht hoch. Ich schaue mal noch kurz, was irgendwie da in der Ecke am Start ist. Vielleicht werde ich auch einfach nur... Weiß ich nicht. Könnte ja auch ein Opferritual sein. Vielleicht bin ich die Ananas, die auf die Pizza kommt. Ihr könnt euch mal die Frage stellen, wann habt ihr euch zuletzt so gefreut, wenn ihr zum Beispiel eine Pizza bestellt habt oder sowas. Wie wäre das denn mal, dem Pizzadieferanten oder der Pizzadieferantin auch mal so einen kleinen Tanz zu präsentieren? Na, wobei, lasst das lieber. Die sind ja meistens auch gestresst. Übertragt die Freude lieber ins Trinkgeld. Kids playing. Approach the kids playing. Okay, die springen hier rum. Ich erkunde einfach noch so ein bisschen, bevor ich hier an diesen riesigen Berg irgendwie mehr ranlusche. Circle. Step inside the circle. Ihr seid auch alle so unisono, ey. Wirklich, als macht ihr euer ganzes Leben lang nichts anderes. Also ist auch komisch, dass gar niemand mit mir redet. Ladies. Ähm, da steht niemand. Ich meine, hier ist auch so eine Zeichnung, die ja schon so wirkt, als könnte der Vulkan möglicherweise. Exploden. Hier kann man nicht rein in die Hütte. Ne, ne? Strange. Das ist komisch. Das ist komisch. Warum kann man nicht in diese Hütte hier rein? Was versucht ihr da drin zu verbergen? Was habt ihr in dieser Hütte? Ist in dieser Hütte etwa, haltet ihr Dr. Oetker gefangen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ey, guck mal, wie sie hier auch wirklich... Ey, Mensch. Ihr habt so viele unterschiedliche Dances. Ihr seid so am Dänzen. Und die Möwen hier, die ich wirklich die ganze Zeit von der Insel verjage. Oh, hier, guck mal. Und die Älteren, ne? Approach the Bench. Auch da wird zumindest noch mit den Füßen gewaggelt. Und mit den Köpfen. Auch das, ne? Auch das hält uns frisch. Das hält uns. Warum uns? Warum habe ich mich direkt... Also, warum ist die erste Person... Oder die... Warum sind die ersten Personen, mit denen ich mich hier identifiziere, die Rentner? Das sind ja noch richtig viele verschiedene Animationen. Ich glaube, hier... Ich glaube, jetzt so langsam sind wir wieder am Umrunden, ne? Das kommt mir schon so halbwegs bekannt vor. Ich würde gerne einfach mittanzen. Ich fühle mich so ein bisschen ausgeschlossen dadurch. Dass ich nicht weiß, ob ich hier gerade eigentlich die ganze Zeit simultan auch am Dancen bin oder eben nicht. Ich glaube nämlich nicht. Ich bin ja die einzige Person, die überhaupt läuft. Ja? Also, alle haben ja... Sind zwar dabei, sich zu bewegen. Und tanzen. Aber niemand bewegt sich von der Stelle. Außer die, die sich halt so im Kreis drehen. Aber auch das ist ja in einem festgeschriebenen Radius. Das sieht doch eher so ein bisschen aus wie so Frühsport. Ich glaube, jetzt glaube ich mal noch so ein bisschen hier am Strand entlang. Ich weiß nicht so genau. Das sind, glaube ich, einfach Haie, die ich da erkenne. Es wirkt auch so, als komme ich von der Insel hier nicht mehr runter. Es gibt bestimmt ein Achievement dafür, alle Möwen zu verjagen. Joa, ihr kleinen Möwen. Aber was ist denn hier los? Ne, da wird auch getanzt. Ich denke immer mal so kurz. Aber warum allein? Warum all alone? Wait by the phone. There's no time for me. Ah, 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 ah. Jimmy, Blue Ochsenknecht. Jimmy, Jimmy, hey, Jimmy. Hey, what's up? Can you make my body rock? Er fragt nicht. Wie gesagt, ist schon eine lange Aufnahmesession aus der bisher nichts rausgekommen ist, außer das hier. Und gestern habe ich mich die ganze Zeit mit meinem PC geprügelt. Ich glaube, nächste Anlaufstelle wird auf alle Fälle der Vesuv. Der Vulkan. Da sind wieder meine Rennes. My Homies. Gut. Ich werde mich jetzt dahin begeben. Da ist ein Baby. ein Neugeborenes. Und selbst das fängt quasi schon an, in den Armen der Mutter zu tanzen. Aber beeindruckend finde ich wirklich die Leute, die so dermaßen schräg liegen. So, wo war denn jetzt nochmal der Eingang? Wo war der Eingang? Das ist, glaube ich, kein Spiel, was man starten möchte, wenn man auf irgendeine Art und Weise intoxiniert ist. Hier geht's hoch. So, moin. Hallo, hallo, Halli, hallo. Ich geh jetzt da hier hoch. Ich geh da hoch auf den Vulkan drauf. Ja, ich brauch dafür auch keine Schutzausrüstung. Und dann, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, es ist nicht, weil ich da grundsätzlich Bock drauf habe. Aber ich glaube, ich habe halt fast alles gesehen. Hier oben vielleicht noch nicht. Und das wirkt so, als bleibt mir nicht viel anderes übrig. Cliff. Approach the cliff. Als, naja. Der mir das Innere des Vulkans anzuschauen. Weil, also, ich glaube schon, dass ich mir den ganzen Rest hier wirklich also sehr ausführlich angeschaut habe. Aber wir können ja mal einfach so... Oh nein! Ich stolpere! Oh! Oh! Ähm. Oh! Äh. The floor is lava. Activate the volcano. Okay. Ja, ist jetzt... Oh! Oh, Leute! Oh! Hey! Leute, aufhören zu tanzen! Ey, wollt ihr vielleicht... Wollt ihr... Hey! Wer hat die Musik aufgedreht? Kann das Orchester aufhören zu spielen? Hey! Ey! Es... Ey! Es tut mir also... Wie... Wie ist das so bei ihr... Äh... Kinder und Frauen zuerst? Ey, du solltest... Ey, ja... Du hast hier das Bein, oder? Ähm... Hört doch mal auf! Ey, Leute! Was hat das mit Ananas auf der Pizza zu tun? Könnt ihr euch mal umdrehen? Äh... Vielleicht... Möglicherweise... Das müsst ihr noch mitkriegen! Äh... Alle sind am Schreien! Und so weiter und so fort! Das ist wirklich nicht mehr der Richtige... Oh, nein! Oh, nein! Da ist die Mutter mit dem Neugebodenen! Zumindest ist sie auf dem Stein! Äh... Habt ihr... Keine Telefonverbindung oder sowas? Äh... Irgendwo... Anrufen! Oh, Gott! Oh, 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 wow! Oh, wow! Äh, Kinder! The Floor ist Lava! Nicht nur aufs Gag, sondern schon... Also... Äh, oh! 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 Da versuchen sie schon wegzuschwimmen, aber die... Alter! Alter, wie strong! Wow! Ist das ein Endshot! Pineapple on Pizza! Ja, das... Also... Bei manchen Leuten könnte man meinen, das ist das, was passiert, wenn man Ananas auf der Pizza... Draufballert! Vielleicht sollte ich mir da doch nochmal Gedanken machen, wenn ich ab und zu alle paar Monate ein- oder zweimal jährlich auf die Idee komme, jetzt mal wieder eine Pizza herbeizuprobieren, das wär's! Die Mucke ist halt auch großartig, ne? Wie die dann da auch noch aufdreht. Und man kann bestimmt noch eine ganze Ecke mehr entdecken auf dieser... Insel. Also, ich glaub, davor, bevor wir den Vulkan zum Ausbruch gebracht haben, haben wir fast alles gesehen, aber natürlich dann so, wenn er ausbricht. Holy shit! Das hat abgeliefert. Das Game hat absolut abgeliefert. Schön, dass ich auch wirklich so gar nicht mehr genau wusste, in was für eine Richtung geht das. Ich wusste nur, dass irgendwas passiert, aber ich wusste jetzt nicht, geht es vielleicht so ein bisschen in die Horror-Richtung oder passiert Gameplay-mäßig irgendwas Dankes. Aber das war auch einfach an der Denknis kaum zu überbieten am Ende. Und ich werd das Video auch wirklich einfach nur Ananas auf Pizza nennen, damit man auch dementsprechend überrascht werden kann. Ich mein, das ist ja nicht blutig oder irgendwie krass Horror-Twistig gemacht oder so, sondern es kommt echt eher dadurch, dass diese Mucke weiterläuft und die auch einfach teilweise weiter tanzen. Du siehst nur links, wie irgendeine Person sich das Bein verstaucht hat und nicht mehr gehen kann. Das ist ein Dingchen. Ist kostenlos auf Steam zu holen. Also vor allem allgemein auf die Steam-Seite drauf geschaut. Da steht nur, can a video game convey your flavor? Und das Game hat äußerst positive Bewertungen. 98% von 20.400 Nutzerrezensionen. Das ist überkrass. Das muss ich auch eben damals gesehen haben. Und du hast natürlich hier schon dann irgendwie stehen, dark yet very bright humor, unexpected emotions you might not have experienced before, a volcano you can jump into when you get tired of exploring. So, das steht also eigentlich dann auch irgendwie schon mal da. Und die Rezensionen, die sind halt voll mit Game of the Year, free chance of ruining a happy village, they smiled, they screamed, they burned. Das hatte ich halt zum Glück nicht mehr im Kopf. Hakuna Matata! Farbenfrohes, fröhliches, lustiges, kurzes Spiel. Perfekt für 100% Jäger. Wer keinen Anlass auf seiner Pizza mag, wird das hiernach vermutlich immer noch nicht mögen. Sehr schönes Game. Tolle Story. Dieses Spiel wäre gut und tiefgründig. Incredibly accurate. I'm a bad person. Never cried so hard during a game that was able to convey such emotion in the span of 20 minutes. The soundtrack goes hard. Ey, das ist wirklich für einfach mal kurz runterladen, wenn man davor noch keine Ahnung davor hat. Komplett kostenlos. Aber deswegen steht hier wahrscheinlich auch ab 16 mit drin. Ist das schon, schon eine Erfahrung wert. Ja? Kleiner Geheimtipp hier von 2023. Und dabei ist der schon monatelang draußen. Ich glaube, viel mehr muss man da gar nicht erstmal weiter dazu sagen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet und kommentiert das Video sehr gerne. Und falls ihr den Kanal noch nicht kennt, dann lasst gerne auch ein Abo inklusive Glocke da, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich wollte schon sagen, ich kann jetzt vielleicht eine Weile lang keine Pizza mehr so genießen. Aber wie gesagt, die Pizza Hawaii kommt selten vor und ich habe gestern erst welche gegessen. Ganz ohne Vulkanausbruch. Glaube ich. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020